Die Bodega Calia wurde damals mit dem Ziel gegründet, den besten Chiras Argentiniens zu produzieren. Und ich denke, zumindest einen der besten habe ich jetzt hier in der Hand. Den Calia Magna Chiras. Er präsentiert sich druckvoll, würzig, mit dichter Frucht, einem saftigen Biss und einer enormen Tiefe. Dabei zeigt er eine muskulöse Eleganz und eine samtende Textur.